Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind auf der Forst. Quatsch. Naja, wir sind schon Felsbrunn. Genau. So. Hier komme ich jetzt auf Forst. Nein, ich mache noch kein Forstprojekt. Ich bin froh, dass ich mir mein Forst hier als Hobby nebenher leisten kann. Und nicht mit Großgerät durch den Wald juchten muss. So. Wir werden heute diese drei Bahnen zu Ende machen. Johnny, mal schau, wie weit er kommt. So. Are you ready? Gut. Ja, wir haben richtig gut geschmarrt. Die 4000 Liter hier, die der aufsammelt. Das reicht gar nicht, um den Abstand zum nächsten Ballen zu gewinnen. So. Komm, rutsch mal ein Stück. Jawoll. So. Na, sieht doch gut aus. Das Gröbste haben wir. Dann auch noch. Und schon geht es hier drüben weiter. Ja, die Querdinger habe ich jetzt natürlich nicht mit abgegriffen gekriegt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Dann machen wir das so. Zack. Erledigt. So. Den Ballen schmeißen wir jetzt hier oben ab. Und dann haben wir noch zwei kleine Spuren übrig. Ah, da geht schon wieder die Lohnzahlungen weg. Das ganze Gerät muss man dann irgendwie noch zur Inspektion bringen. Weil, das wird alles stumpf sein. Oh Gott, die Reparatur kosten. Schön. Vorwärts fahren. Danke. So. Letzte Spur. Letzte Spur. Oh. Da setzen wir jetzt aber nochmal neu an. Oberhalb vom Gebüsch. Hier. Das will ich nämlich noch mitnehmen. Genau. Passt. Da. Bis zum nächsten Mal. Da. 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 Das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. 4000, da kriegt er noch Wein mit. So. Der Helfer hat einen fast vollen Korntank. Ha, diesmal habe ich die Meldung gesehen. Die Meldung bringt uns aber nichts. Weil ich wette, dass der den, dass er die letzte Strecke hier jetzt von hinten bis vorne nicht hinkriegt. So. Guck mal hier. 4.500 Liter. Das ist von dem da ein Bunker. Kleiner dürfte ein Anhänger für mich gar nicht sein. So. Gut. Jetzt bin ich gespannt, ob der es schafft. Gut. 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 Da. Da ist der Fleck. Da wo du dachtest jetzt. Ich wette, da hält er genau an. Ich wusste es. Muss ich mal gucken, dass ich mit dem Wendekreis von dem Drescher hinkomme. So. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Oh, ist ja dreckig. So. So. Zwei Kornladungen. Naja, sind wir schon wieder bei 9.000 Liter. Ich meine, wenn ich einen kleinen Anhänger hole, wie den, ähm, wie heißt er? Strautmann. Der bloß 8.000 oder 9.000 hat. Der kriegt ja nicht mal das ganze Feld hier rein. Da muss ich ja alles im Bunker zwischenlagern. So. Oder ich fange wieder mit dem Zirkus an und fahre hier mit zwei Hängern rum. Wo ich eigentlich froh war, dass ich das nicht mehr brauche. So. Viel Spaß, Johnny. Gut. Der läuft. Und wir sind jetzt hier dran. Cool, das Licht. Eigentlich kann das Licht aus. So. 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 Yeah. Sehr gut. So. 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 dann sind jetzt hier am rand weil die kann ich nur von hier aus nehmen das war der dritte wie viele haben wir noch platz 3 nur jeder passt noch drei drauf drei passen noch drauf zack den und den hier so und jetzt werden wir ganz schnell zur scheune dackeln müssen damit wir zurück sind bevor johnny wieder voll tank hat 24 rund ballen jetzt bietet er auch noch ab wo was war das eben hier sind ja auch noch bäume ich habe mich wie bitteschön bin ich denn hier reingekommen gott ja das kann doch nicht wahr sein wie so ein anfänger 80 folgen landwirtschaftssimulator ich kann sie die ganze zeit immer wie gut ich hier lerne und wie schön mir gefällt und da kann ich nicht mehr geradeaus fahren gibt es irgendwie doch so fahrschulkurs oder sowas vielleicht sollte man trecker fahren lernen so na dann ich gehe rüber ein ein so einmal z bitte jetzt wird kassiert wie viel haben wir jetzt 45.500 na dann mal gucken ja damit kann ich leben 78 ich sag euch was wenn wir das soja verkauft haben und die anderen ballen dann gibt es das feld dann haben wir geld für das feld hoffe ich doch mal so so na johnny ich werde mal abtanken wa ja ich werde mal ganz schnell abtanken wie hier die die hier ist wie die 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 3 so läuft es? ja super hey johnny, winke winke leer leer, gut dann solltest du den Rest jetzt schaffen alles klar so ich sehe aber gerade unsere Zeit ist wieder um also würde ich einfach sagen war es das jo kommt mal hier rauf cool super so hier liegt ein bisschen Gras rum naja egal johnny arbeitet ich arbeite auch gleich weiter case case was steht da ach so iha international harvester genau da war ja was okay dann würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten mal see you later see you later ja